Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Mario Tennis Aces. Und wir dürfen hier ein bisschen weiterlaufen. Propellerschiff. Sag mir nicht. Bevor ich da übrigens losgehe, an der Stelle muss ich mal wirklich die Musik von dem Spiel loben. Ist sogar ein bisschen epischer, ein bisschen energiegeladener als sonst. Obwohl das Main Theme von den anderen Mario Tennis Dingern ziemlich catchy war. Oder war das Fußball? Egal. Das hier klingt wirklich ein bisschen nach Adventure. Finde ich sogar unglaublich ähnlich zu einem gewissen Musikstück aus Baten Kytos. Eins meiner persönlichen alten Lieblingsspiele, was ich noch nie für euch Let's Played habe, weil es echt groß wäre. Aber vielleicht irgendwann mal. Okay, schauen wir mal zu diesem Propellerschiff. Natürlich. Angeblich soll sich auf einer Klippe gegenüber von hier eine alte Villa befinden. Es kann gut sein, dass der zweite Machtstein sich dort befindet. Es gibt nur ein Problem. Ohne seetüchtiges Schiff kommen wir da nicht hin. Und ein Toad ist kein Boot. Fragen wir doch einfach mal beim Schiff, das da liegt, wie praktisch, ob wir mitfahren können. Ja. Jo. Was wollt denn ihr hier? Wir haben heute schon genug Leute herumgeschippert. Feierabend! Ebenso einen schönen guten Tag. Entschuldigung. Aber wir müssten dringend übersetzen. Noch eine einzige Überfahrt. Wäre das nicht drin? So, so. Drüben steht wohl eine wichtige Party an. Habe ich nicht recht? Hör zu, ich könnte euch schon rüberfahren. Mir ist eh ein bisschen langweilig. Aber nur, wenn ihr mich in einem Tennis-Match mit zwei Gewinnsätzen schlagt. Du möchtest erst eine Erniedrigung und uns dann auch noch übersetzen. Okay. Nein, es ist keine Show. Ich habe es gerade wirklich irgendwie im Nacken. Aber wo? Oh. Sieh mal, Mario. Da ist ja ein Tennisplatz an Deck des Schiffs. Wie praktisch. Oh. Hihohoho. Ein Schiffsdeck ist vielleicht nicht der geeignetste Ort für einen Tennisplatz. Aber wir sind sowas wie Tennis-Rebellen. Lassen wir es krachen, Kumpel. Bravo. Alright. Propellerschiff. Spielen. Setzen. Siegen. Behalte stets den Mast im Auge und besiege den Cooper. Okay. Ja, ich sehe da oben schon Hammerbros, also. Witzig. Cool. Okay. Oh. Okay. Ich kann das nicht als Abpraller nutzen, sondern der Mast zählt zum Netz. Ach, das geht jetzt wieder. Den hat der gekriegt? Äh. Wow. Okay. Alles klar. Den, der, der, wow. Ja? Da hätte ich mit meinem Slow-Mo ein bisschen kontern müssen. Das ist nicht mehr so leicht. Hallo? Hatte ich zu wenig Ausdauer? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Rasiert. Patz. Ah, shit. Zeitlupe. Zwar dran gedacht, aber da war der Ding ja schon längst weg. Ohne genug Ausdauer ist da leider nicht viel. Ein Stand. Diese ganzen Tennis-Fachausdrücke. Ich meine, das ist zwar okay, weil das Spiel, also das Spiel lucht sich überhaupt nicht darum, die Dinger zu erklären. Das ist okay, muss ich sagen. Ich bemerke gerade, dass ich instinktiv meine, was heißt instinktiv, also dass meine Standardposition wieder sehr okay ist für das Spiel. What? Okay. Ich meine, ich habe mich darauf verlassen, dass er halt nach dem Charge automatisch... Ey, Mann, warum reagiert er dabei jetzt nicht? Ich meine, das ist halt nicht wirklich wichtig, weil... Gott. Schlag den Ball an deinem Gegner vorbei. Wow, und er hat das Spiel. Ich meine, man kann es halt auch so spielen, klar. Aber... Ich spiele mittlerweile... Es ist ja nicht das erste Mario... Tennis. Bam, Bitch. Es ist nicht das erste Mario-Tennis, das ich zocke. Und so langsam würde ich halt gerne mal ein bisschen schlau aus dem Scheiß werden. Aber ja, doch, die Musik finde ich persönlich sehr cool. Verdammte Axt! Der reagiert nicht auf meine Schulter-Taste. Ohne Scheiß. Und... Es geht jetzt gerade die ganze Zeit darum... Er hat Aufschlag. Nein, ich. Es geht jetzt gerade die ganze Zeit darum, dass ich zwei hintereinander kriege, ja? Zap, habe ich gesagt. Oh, nein. Ach, Mann. Nice Detailarbeit, dass der... Dass das Aces-Logo auch noch auf den... Oh! Aus. 15. Ey, wenn der Abpraller auch noch getroffen hätte. Richtiger Corner-Shot. Fuck. Der Mast ist mies. Der Mast ist dick mies. Zap. Äh, toll. Na, ich muss Ausdauer sammeln. Das ist... Hm? Die Strats von dem Game holen uns so langsam ein. Klar. So, jetzt musst du das doch mal. Aha. Haha. Okay. Er antippen mit genügend, genügend Ausdauerleiste. Kein Problem. Aber ich denke, der Stern muss gehighlighted sein. Geht wieder nicht. Das ist... Ich muss sagen, das ist schwierig. Ach. Ach so, aus. Wie er mit dem Ding da rumrennt. Sehr gut. Bats. Komm schon. Ja. Geht it. Das Spiel ist so nice. Aber ich habe noch nicht den Dreh raus, warum manche Funktionen jetzt nicht mehr klappen. Oder liegt es daran, wer Aufschlag hat? Klegt! Geht es wirklich darum, wer offensiv und defil... Nee. Weil jetzt nimmt er die wieder alle. Klegt! Muss ich das verstehen? Verarscht! Spielball! Spielball! Ja, der hechtet nicht hin. Das... Also, wenn ich in der Slow-Mo bin... Oder mein Slow-Mo war geradeaus. Ich hatte nicht genug Shit. Ausdauer. Stuff. Energie. Energie, ja. Spielball! Spielball! Hopp! Click Ha! Headshot Jetzt geht das wieder los Na komm schon, einen noch Click Stress nicht? Hab ich gewonnen Click 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 Come on What? Das ist doch aus Click Yeah Auf die Sternenschläge kommt er nicht klar Linke Taste, Y Click Ne Ne, einfach nein Meins Nochmal Wie viele Sätze denn? Dann bleib ich halt bei denen Wenn du auf Sternenschläge nicht klarkommst Ja, ja, jahoo Ja, ja, jahoo Okay, meine Dummheit Sonst hat er mir den immer schön eingespielt Click Ah, scheiße Wer da mehr steht Ich nehme das Okay Akzeptiert Mom Ja, gut Alles klar 5F Oder wat? Zum Kotzen bist du Click Das kommt irgendwie lustig Wie er so ein, wie so ein Mongoloide Mit dem Schläger da oben gerichtet Da rumdüst Zup Yeah Krieg ich nicht genug von Klasse Okay Aber ja Jetzt, äh So langsam Oh Ha Matchball Matchball Like Click Kicke dich hier Oh Jetzt hab ich Wieder aus Versehen Die Zeitsuppe eingesetzt Und konnte dann meinen Na gut Egal Aufschlag Asse Return Winner Nächstes Mal Werde ich dich vernichten Shiné So Jetzt haben wir ja kaum noch Zeit Egal Du hast gewonnen Hut ab Und ich dachte Ich hätte auf dem Schiff Einen klaren Heimvorteil Also gut Dann setze ich euch Überwie vereint Hurra Klasse gemacht Mario Ja das war's Dann wollen wir meinen süßen Kleinen Cut Sehens Nein Einfach nur Ah Junge Treppe As fuck Ein bisschen Ein bisschen Kriegen wir schon noch zu sehen Ja ok Plop Ist da lang Schneebergbahnhof Noch nicht Ok Illusora Villa der Illusora Ja gut Aber noch eins Glaube ich können wir uns nicht ohne gute Überlänge gönnen Dann machen wir hier jetzt schon Schluss Ihr könnt aber gerne einen Like, einen Kommentieren und oder teilen meine Lieben Freunde Ich bin raus für heute ok Bis zum nächsten Mal Mario Tennis Aces Link out Bis zum nächsten Mal